Hallo, ich bin Verena Bentele und Sie kennen mich als fünffache Goldmedaillengewinnerin der Paralympics in Vancouver. Ich hatte 2009 einen ziemlich schlimmen Skiunfall und da war meine Karriere fast zu Ende. Aber ich wollte unbedingt nochmal bei den Paralympics starten und habe das geschafft. Das Gefühl des ersten Sieges nach dem Unfall war unbeschreiblich. Ich war so glücklich und froh und habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich war selber am überraschtesten von allen. Für mich war das Allerwichtigste nach dem Unfall definitiv erstmal wieder mit mir selber klar zu kommen, mit meiner Angst klar zu kommen. Ich konzentriere mich extrem auf die Dinge, die ich machen kann und muss immer wieder meine eigenen Grenzen erweitern. Nur so werde ich erfolgreich. Ich bin verlänglich. Ich bin verlänglich. Vielen Dank.